Traurige News von Lovelin Inebetschi. Die Ex-GNTM-Teilnehmerin hat sich getrennt. Dies verkündet das Model nach vielen Spekulationen seinen Fans via Instagram. Ich werde mich dazu nur einmal äußern und auch nicht mehr dazu sagen. Ja, wir sind getrennt. Levi und ich sind vor einigen Monaten ausgezogen. Lovelin und ihr Partner haben erst im März 2022 ihren Sohn auf der Welt begrüßen dürfen. Kurz vor der Geburt hatten sie sich noch das Jahrwort gegeben. Viele Fans wollen daraufhin von Lovelin wissen, wie es ihr nun geht. Mir geht es aktuell soweit gut, beruhigt sie ihre Community.